So Leute, die erste Folge mit dem lieben Pinhead, aka dem Zenubit, ohne Voicelines, weil ist ja nicht PDB und natürlich waren da irgendwelche Komplikationen, ich weiß ja nicht, ne, also, hört sich sehr sehr stark danach an, dass die einfach ein bisschen rumgelogen haben, aber man weiß ja nicht, ne. Ich hab jetzt einmal ein gelbes Addon dabei und ein pinkes, ja, ne, ein Lina ist so, äh, ich hab nur Scalling, Rune hab ich, da habt ihr auch das Totem gesehen, aha, schade eigentlich. Ach, fuck, Alter. Und ich hab's, Nowit und sein Perk, auch noch einen von seinen Perks mit dabei. Kann noch nicht so weit sein, oder? Ja, ich wollt's doch grad sagen. Gut, ein Early Down, ist nice. Ich hab, äh, den glaub ich jetzt auf Level 17 gelevelt und ich weiß nicht, irgendwie mit Hack hatte ich die ganze Zeit Runden mit, äh, mit, äh, roten Spielern, also ist ja das neue, der neue Rang irgendwie, ist das Rubin oder was? Alles klar. Survival Friends, I guess. Äh, Rubin ist das, glaub ich, würd ich sagen. Rubin-Spiel hatte ich da die ganze Zeit nur mit Hack. Da kann natürlich auch ein Fehler sein. So. Dann nehmen wir dich mal Bill, ne. William. Bill, over back. Danke. Oh, und ich hab gehört, der hat auch noch einen kleinen Bug, irgendwie. Ach, komm, halt die Fresse, Alter. Oh. Hä? Ja, komm. Also, wenn das keine Survival Friends sind, also... Ich dann, weiß ich selber nicht, okay. Die Range war doch nicht so weit, wie ich dachte. Ja, komm. Wegen hab ich das, die... Was? Die sind... Das sind Survival Friends, also. Kannst mir nicht nix anderes sagen. Ach, komm, halt die Fresse. Ah. Hä? Was ist denn das? Ja, komm, du kriegst auch noch einen Hit ab. Ey. Genau solche Spieler krieg ich die ganze Zeit nur. Und das mit dem Killer, den ich, äh, nur einmal, einmal zum Testen gespielt hab. Ob der überhaupt Spaß macht. Und ich glaub jetzt nicht, dass seine Power so nice ist, irgendwie. Weil... So stark find ich die jetzt auch nicht. Macht zwar Spaß, wie ich find. Aber, keine Ahnung. Dadurch, dass der halt ist... Kein Satz mehr... Ey. Da hast du den geklickt. Dadurch, dass er halt keinen Satz mehr sagt, ist das halt ein bisschen traurig. So. Der Bill war gerade hinter mir. Das hab ich... Irgend kurz das... Mich anders angeguckt. Mich anders umgeguckt. So. Genau. So. Ich fordere mich dann hier nochmal, Dings. Und einer von denen heißt Just Narrow, aber... Äh, Just... Just Narrow, Alter. Ey, die... Ist das ein Bug, dass der nicht so wirklich, äh, weit ist? Oder was ist das? Ja. Ja, also einer davon heißt einfach Just Narrow, aber... Ich glaub jetzt nicht, dass... Der ist... Ey, dass das der echt ist. Der, da ist ein Stein gewesen, ne? So. Jetzt haben wir noch eine Mech. Ja, ich wollt grad sagen. Haben wir noch eine Mech mit einer Taschenlampe. So, das waren glaub ich alle mit einer Taschenlampe. Jetzt sag mir nicht, du hast jetzt noch dein... Scheiß, äh, DS. Ne. Ja, und da ging mein Rune. Ich hab den eh nicht so wirklich vollgelevet. Und ich will eigentlich jetzt... Auch diese Folge wollte ich jetzt auch nicht... Okay. Schade. Ja, ich wollt grad schon sagen. Das werd ich nicht hinkriegen. Ja, komm. Ey. So lange reicht's auch mal mit den Taschenlampen, Alter. Taschenlampe, find ich, ist das Schlimmste, wo... Wo gibt, Alter. Ey. Und diese Range, die man überhaupt nicht einschätzen kann. Ja, komm, halt deine Fresse mit deiner Scheiß... Äh, Taschenlampe. Okay, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen... Äh, wie heißt das? Genervt wirke? Aber das bin ich auch ein bisschen... Komm. Das... Kannst du mir nicht sagen, dass das jetzt kein Hit war? Das ist, glaub ich, einfach ein ganz großer Bug. Den einfach noch nicht behoben hat. Hallo? Nein, dann... Lass mich halt dann... Nicht durchlaufen. Stretch Marks. Danke. Nice calling. Value. Tja, dann kannst du ja auch nicht durchlaufen, ne? Okay, übrigens hab ich das jetzt hingekriegt. So. Äh, vier... Vier Hooks. Ey, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass das jetzt... Das ist ja kein richtiger, äh, Schlag war. Komm, den... Den kann ich mir auch noch eben kurz mal. Außer der hat jetzt... Der hat... Ja, so wie der guckt schon. Ja, wollte ich grad schon sagen. Aber... Adios. Aber nur damit die da was zu tun haben. Und... Ja, das sind Survival-Fans, äh... Ey, das sind so richtige Survival-Fans. So, damit... Schon mal die Taschenlampe... Alter, ich hab den vergessen. Jetzt haben wir ja aber nicht auch noch... Die haben dann gleich auch noch einen Schlüssel parat, Alter. Dann bin ich richtig cockig, Alter. Ey, Alter, ey. Dieses Game. Ich glaub, die wollen einfach nur ein bisschen verarschen. Ja. Aber ich... Ich mein... Das ist halt legitim, wie das spielen. Die dürfen das ja so spielen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ich hab Überlebenden gefunden, schon Max, Alter. Ja, jetzt bist du dran, ne? Du hast auch eine Tasche, dann bist du mir gar nicht aufgefallen. Aha, die Wartet. Interessant. Aber vielleicht wird das Note dann... Den ein bisschen reinkacken. Ich hab dich doch gesehen. Ja, da bin ich, äh... Perfekt ausgewichen, nämlich. Hey, Alter, da hab ich schon ein bisschen... Ach so. Das ist dein Ernst? Ich will jetzt nicht tunnelen, deshalb lauf ich ja auf den weiter lang. Aber gut, dass ich meine Power dann so gut einsetzen kann. Ich find seine Power ist echt nicht nice. Wenn er jetzt hier hochläuft, dann hab ich, äh... Richtig schlecht gemeint gamed, aber ne. Also seine Power kann man irgendwie relativ schlecht einsetzen. Zum Beispiel sowas hier. Da hab ich jetzt einfach, äh... Wegen nem Bug, glaub ich, einfach dann... Da durch geblinkt. The box is... You opened it. And I came. Ja, da kannst du dir deine scheiß Taschlampe in der Arsch schieben, oder? Da kenn ich nix. Das sind Mindgames, die ist das Ananas? Nein? Okay, er rennt durch. Ist ein W-Knopf-Videogamer. Schade, dass ihr jetzt nichts seht, dass es... Dass, äh... Dass der Typ einfach Shastnero heißt, aber... Ist er ja nicht, ne? Das weiß man ja. Äh, du läufst vielleicht in ne Dead Zone rein? Ah ja, Dead Zone. Hab ich kaum vergessen, tut mir leid. Ist das ne nice Idee von dem gewesen? In den Dead Zone reinzulaufen und dann... So. Guck schön vor ner Wand. So. Ich weiß nicht, ob ich das noch da hinten komme. Deshalb nehm ich den Horken, den Horken, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin komme. Ich glaub nicht. Alter, das war safe richtig knapp. So. Hab gehört, da hinten haben die irgendwo nen Jen gemacht. Ich hab grad gedacht, der will sich umbringen. Da oben. Ey. Ist doch so ein Betrug. So. Darf ich bitte Schaden machen? Danke. So, jetzt haben die da wieder aufgemacht... Äh, den abgemacht. Von Jen. Was ist Jen Z? Oder Jen Z? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich wollt grad sagen, der ist da safe drin. Okay. Hat er gut gemacht. Hier kann man gar nicht mit seiner Power spielen, Alter. Oh, das war nice. Das ist glaub ich nicer. Aber guck mal, das bringt überhaupt nix, das zu machen. Die Power ist relativ useless einfach. Hm. Äh, ich tunnel glaub ich gerade, ne? Bisschen. Okay, gut. Äh, ne. Ich hab nicht getrunnet. Ich hab da rechts auch noch grad ein Auto gehört. Hier flogen auf jeden Fall Krähen. Nein? Okay. So. Ich werd nicht so sein. Äh, die Folge geht jetzt schon elf Minuten. Okay, dann mal gucken wir, wie wir das hier jetzt schaffen, ne? Äh, ich hasse es, dass man das nicht so wirklich kontrollieren kann, ne? Ja, ich weiß nicht, wer ich nicht hole. Ob ich jetzt tunnel oder nicht. Hoffe ich mal nicht. Okay, nice dead art. Ich glaub ich aber jetzt wenig springen, weil der eine sein Frontal verkackt hat. Ihr seid beide dann raus. Ein, oh. Dead, äh, Dingens, Entscheidungsschlag. Ey, das ist doch Betrug, alter. Ja, Mac, du, du, du wirst ja auch mithelfen. Ja, gut, gut, gut mitgeholfen, Mac. Ja, Mac, du bist richtig gut, oder? Das ist ne Mac, ne? Ich will mich jetzt hier nicht ein bisschen exposen, ne? Dass ich jetzt, äh, den falschen Namen sage. Ja, Mac, du bist super. Machst deinen Job gut. Kannst es einfach, Mac. Und du bist halt Mac Thomas, ne? Ich bin Mac Thomas und kann alles super gut. Hab kein Dead Heart dabei. Aber kann noch mal T-Wergen, weil ich so krass bin. Oder auch nicht. So. Die müssten eigentlich alle dann, vielleicht relativ tot sein. Weil sie sind auf, auf letzten Haken. Ach, schade. Okay, gut, zwei Leute noch. Hm, schade eigentlich. Hm, wo haben wir denn hier noch einen? Jetzt hältst du auf der anderen, auf der anderen Seite der Map. Guck mal, hier dran. Nee. Oder? Jemals angefangen. Okay, ein 3-Gen haben die sich auf jeden Fall nicht zusammengebaut. Das ist auf jeden Fall gut. Das sind auf jeden Fall sehr erfahrene Spieler. Ich bin froh, dass ich wenigstens irgendwas gerade am reißen bin. Okay, schade. Oh, das. Ich konnte hier somit ein bisschen, wie heißt das? Jetzt. Jetzt. Ich konnte hier ein bisschen. Jetzt hab ich den Namen vergessen. Okay, gut. Zu gut gemacht. Oh, der tat. Okay. Äh, ich konnte die... Boah, wie hieß das? Ja, komm. Du mit deinem Scheiß, äh, Taschenlampenscheiß hier. Ja, komm. Dich hol ich mir jetzt. Aber... Darauf kannst du richtig einlaschen, du. Oder du findest die Hedge als erstes. Das ist jetzt die Frage. Kann man eigentlich, wenn man angehakt ist, sozusagen, dann... Äh... Äh... ja das war eine nice runde gg well played auf jeden fall und wie sehen sie aus vom rang hier aber ich zeige euch das eben kurz 12 11 11 wie viele platz bekommen 30.000 ja dann schreibt auch noch die double pimp die man nicht gehalten verletzungen ja aus dem griffen kommende lebende ja okay ja dann war es mal eine richtig lange folge eigentlich so an dbd so 15 minuten ist glaube ich lange für eine runde ja dann möchte ich auf jeden fall einen wunderschönen tag zu klein ziehen und ciao leute